So Leute, die Leben wurden entsprechend dezimiert, also rein da in Bowsers Castle und somit herzlich willkommen zum finale Fragezeichen von New World's Super Mario Bros. Wii. Umgedrehtes Fragezeichen. Umgedrehtes Fragezeichen. Aus welcher Sprache kommt das umgedrehte Fragezeichen? Gibt's hier auch noch umgedrehte Fragezeichen? Ja, gibt es. Okay, wir wechseln. Besser Ordnung. Es gibt auf jeden Fall umgedrehte Ausrufezeichen, das weiß ich. Oh. Da, 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 da. Na komm, hey, nimm mit. Dankeschön. Auch sozial, dass hier hinten, äh, wo die, wo das Ding ist, kein, äh, Feuer rauskommt. Ja. Ah! Oh mein Gott, ich hab mal was so lange auf dem Bildschirm, dass ich keinen werfen konnte. Alter, das ist schon manchmal ein bisschen belastend. Könnten Sie, können Sie das bitte fixen? Mehr als zwei Projektile pro Bildschirm. Das wär schon ganz geil, ne? Beziehungsweise mehr als zwei pro Spiele pro Bildschirm. Ja. Und diese Schwingdinger bewegen sich erstaunlich langsam. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist, ehrlich gesagt. Ich wollt grad sagen, das, das gefällt mir nicht wirklich. Ich nehm den mal mit, vielleicht brauchen wir den noch. Ja, du hast mich auch grade von dem Treffer bewahrt. Okay. Na, ich glaub, wir brauchen den nicht mehr. Oh! Na, ich hätte den da unten inwerfen sollen, warte. Ja, okay, oder so. Ansonsten hätt ich jetzt einfach den Kuba rein geballert. Wenn wir ehrlich, das hätten Hothead erwischt. Ähm, du kannst mit Kuba-Panzern aber keine Hothead killen, glaub ich. Das heißt, die gehen da durch. Nein, nein, der Hothead hätte den Kuba-Panzer gefickt. Das macht nix, die killen den nicht. Oh. Sollten sie jedenfalls normalerweise nicht. Achts nochmal, dass die Hothead die Kuba-Panzer abhalten. Ne, ich glaub nicht. Also vielleicht kann man damit Hothead... Okay, jetzt drehen sie auf. Vielleicht kann man die Hothead damit killen, aber ich glaube nicht. Was ist los? Okay, gut, das war jetzt nicht wirklich ne Schwierigkeit. Ne. Also bisher ist das Finalcastle von den letzten Leveln noch so am einfachsten, ne? Deswegen wage ich mal, äh, einfach Finalcastle hier in Anführungszeichen zu stellen. Ich glaub das noch nicht so ganz. Vielleicht sieht der Boss-Kampf auch einfach an. Ich glaub das noch nicht so ganz. Ne, das ist nicht das Finale. Warte, warte. Jawohl. Ich glaub das noch nicht. Das ist nicht das Finale. Doppelhammer, Bro. Nein, oh mein Gott, war das close. Ich dachte, ich will das einen Ticken schneller. Alter. Und bei mir hat's jetzt wieder der Leleck fast gekillt. Dieser Hothead hat eine sehr seltsame Farbe. Die war das umgesetzt. Und der saß zu lange in der Sonne, glaub ich. Mit einem Sonnenbrand, glaub der Arme. Lange, äh, in der Lapa. Boah. Nein. Springen wir für mich drüber. Ich lauf nach links, du sprichst für mich drüber. Okay, warte kurz. Wir machen das jetzt, wir machen das mal ausnahmsweise schlau. Ja. Oh. Warte mal. Ist doch nicht. Obwohl es immer noch mal verdächtig aussieht. Ne, da ist nichts, glaub ich. Okay, gut. Ne, okay. Shit, 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 shit. Achtung. Du rutschst hier. Da war mir bewusst, dass ich rutsche. Ist keine Plattform in der Mitte. Okay. Sehr seltsam. Aber bisher hat mir was und Lava sollen, deswegen dachte ich, das könnte es jetzt sein, aber... Ich wollte grad sagen, ey. Ich vergesse immer, dass die Knochen trocken, der Kopf nicht wirklich... Also die Hälfte des Kopf nicht holen. Genauso. Ah! Was war das für ein Leck? Hä? Ich wurde gerade plötzlich mit einem riesen Boost irgendwie nach links gehauen. Ja, und dann hat der Leck dich nicht mehr steuern lassen. What the fuck? Was war das gerade? Achso, mach du das mal bei mir. Danke mir jetzt nicht, dass dein... Ja, passt. Warten. Warte. Okay. Ja, dann... Final-Time, würde ich mal sagen, Leute. Let's go. Wir sind auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Feuerblume, Hammerblume. Nee, aber das ist nicht das Finale. Da kannst du ja sicher... Ja, wahrscheinlich, Bruder. Vorgeschneidung. Normale Bostür, ne? Ist klar. Warte, geht gut nach ganz links? Äh, oh. Achso, ja, okay. Und Peach steht die ganze Zeit nur so starr da und guckt halt so zu, ne? Keine Regung. Okay. Hauptsache noch mal fast umgebracht am Ende. Einfach nur ne Zielflagge. Aber du hast recht. Am Ende nur ne Axt und kein Gegner. Du hast sie gecallt. Du hast sie einfach gecallt, Alter. Boss fällt aus, wegen ist nicht. Lol. Okay, wir haben jetzt einfach noch mal ne neue Welt. Gut. Okay. Wir wurden einfach in eine neue Welt geportet. Underground Railroad. Alter, jetzt kommen einfach... Wir hatten jetzt Luftschiff-Level, Panzer-Level. Jetzt kommen Zug-Level. What? Das nächste ist, dann kommt Bauer sein Lamborghini vorgefahren, ey. Let's go. Naja, das gab's ein 3D-World. Ja, ja, genau. Den bringen sie einfach hier rein. Easy going. Ja, ich glaube, das Spiel ist vor 3D-World rausgekommen. Ja, ich glaube auch. Oder ziemlich gleichzeitig oder so irgendwie. Musik ist... Nein! Ach, Mann. Oh, Strolling-Level fällt mir da drauf. Ja. Hopp-Story wird nicht so viel geschossen wie bei dem Panzer-Level. Ja, Pilz. Was für Pilz, Alter. Ach, fick dich doch. Hä, ich glaube, ich hab ihn in der Hand. Okay, cool. Erstes Dacke müssen wir nachholen. Ja. Weil der Scheiß-Leck mir den Sprung gecancelt hat. Neul. Wo kommt die Musik her? Ah, das ist auch mal die Kugel dieses Mal wieder. Die hatten wir bisher relativ wenig tatsächlich in diesem Spiel. Ja. Da hast du noch der Tech-Count? Okay. Äh? Neul, okay. Das ist das erste Mal, was wir Zeitdruck haben. Und zwar am Checkpoint. Oh, die Lava. Ja, und wir noch keine einzige Star-Coin haben. Ich meine, die erste haben wir übersehen, aber... Okay. Da konnte ich auch nichts mehr tun. Ah, cool. Ich meinte Star-Coin auch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schmeckt. Schmeckt. Können wir auch gleich neu starten, ganz ehrlich. Ne, können wir extra nicht mal. Wir sind da mit einem Checkpoint. Wir könnten den noch nicht besetten. Also dann müssten wir jetzt extra in ein anderes Level reingehen. Und das lohnt sich absolut nicht. Äh, okay. Das Level... Also offensichtlich, der Schwierigkeitsgrad zieht nochmal an in Welt. Nochmal? Zwei Bausat. Alter, wie man hier einfach nur 100 Sekunden hat. Ich meine, das ist ein Throwning-Level, das ist egal. Man kann eh nicht schneller sein, als man kann. Aber es ist ein bisschen assi. Ich will nur mehr Druck aufbauen, als es eigentlich hat. Im Moment. Aber es ist ein bisschen assi so. Oh, ja, fuck. Ähm, spring. Ah! Okay. War absolut geplant. War 100% so geplant. Wir haben immerhin die zweite Starcoin. Ja, ich hätte zum Notfall den Bruderboost gemacht. Ähm, da ist die dritte. Jawohl, stabil. Und jetzt überleben, überleben, überleben. Wie lebe ich noch? Warum lebe ich noch? Ah! Jetzt lebe ich nicht mehr. Der Bruderboost hat uns gerettet. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das Zeug war nicht jetzt. Ja, ja. Oh mein Gott, Alter. So blöd bin ich jetzt nicht. Das war... Uiuiui. Äh, danke. So. Gut, dann müssen wir erst nur die erste Sache nachholen. Aber das muss ich jetzt sagen, dass am Ende ist was geht. Ja, so eine Mischung aus Glück gehabt und Skill vielleicht. Neue, was ist das denn jetzt nicht schon wieder von einem komischen Übergang? Höh? Zucker lang gehalten. Achso. Ah. Ah, oh. Achso. Wollen wir noch hoch? Nö. Ja, okay, so geht's. Aber es bringt trotzdem nichts, weil es reicht nicht. Wird. Da ist wahrscheinlich irgendwo um sich meine Blöcke gegeben oder so. Na ja. Fun fact, der drei Mal reingehalten am Ende. Der lief nicht mehr weiter. Deswegen gab's wahrscheinlich auch... Also das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es den Übergang gab. Ja, wahrscheinlich. Okay, cool. Interessantes Level. Gefällt mir. Auch wenn ich den Zeitdruck nicht ganz verstanden habe, weil im Endeffekt... Naja. Es ist ein Strolling-Level. So, Leute. Für Star-Kun 1 können wir euch auch mitnehmen, weil die ist ja direkt am Anfang. Ja. Das heißt, wenn wir es jetzt nicht kriegen, dann schneiden wir es euch aber trotzdem in den finalen Versuch natürlich rein. Aber ich hab schon vergessen, wo die war. Man musste irgendwie schnell sein, oder? Es musst du hier überall sein. Irgendwo, irgendwo oben, oder? Ich glaub, ich wollte hier runterboosten, dann war die oben irgendwo. Ich halt mich auf jeden Fall... Ja, da. Hier kommt die jetzt. Ja, doch, jetzt kommt die leichter. Ah, ja. Och, der lag schon wieder, Alter. Der scheiß Treffer-Lag jedes Mal. Ich hasse den so sehr. Okay, wir haben's. Dann nur noch überleben bis zum Checkpoint. Ansonsten müssen wir es nämlich normal machen. Lul. Star-Koin ist nachgeholt. Weiter geht's. In... Volcano Rapids. Oh mein Gott, das klingt ein bisschen nach, ähm... Knochenbahn. Ja. Uh, Boys. Oh no. Es ist ein Floß. Das kenne ich doch immer, es ist ein Floß. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt besser ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Danke für die Billupilze. Ja, echt. Oh mein Gott. Und mit Licht. Oh, wegen dem Nebel. Der geht gar nicht weg. Soll ich denn Licht hier? Keine Ahnung. Oh, Gott. Ja, komm. Muss mich hoch, muss mich hoch. Danke. Hä, der Nebel tötet einen hier nicht scheinbar. Oder die Hipbox war gerade seltsam. Toll. Ah! Ja, toll. Ja, toll. Alter, immer noch eine Frage. Warum haben wir ein Floß mit einem Licht? Ja, das Licht verstehe ich auch nicht. Weil du kannst die Gegner damit nicht killen. Du kannst den Nebel damit nicht wegmachen. Das ist nicht so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir nicht diesen Nebel haben, dass wir keinen Schaden, äh, nicht in diesem Licht stehen, dass wir keinen Schaden bekommen. Maybe, aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Ja, nee, wir sind, uns passiert nichts, wenn wir nicht in diesem Licht sind, so. Okay, ist es doch, ist es doch tödlicher Nebel? Alles klar, dann war für nur die Hedbox seltsam. Nimm es nicht, nimm es nicht, es töte dich. Okay. Nein, tut's nicht. Das war aber close, Alter. Das hab ich jetzt schon beschlossen. Ja, super. Gut. Geil. Oh, da oben. Locker. Oh, nee, der war meint. Doch nicht. Never mind, Jungs. Das ist, äh, I don't like that. Junge, das ist eine blöde Scheiße. Das ist asozial. Du siehst ja nicht mal, wo der Scheiß langhüft mit dem Kacknebel. Und du musst wirbeln, damit er weggeht. Dann hast du ja keine Kontrolle über dich. Warst du ein Abfall? Da, wo ich ja wieder durch den ganz... Oh, nein. Ich spring halt nicht, Mario. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich hab eh noch genug Leben zum Wegschmeißen, bevor wir Bowser gegenüber treten. Alles gut. Ja, kein Stress an der Stelle. Dann rennen wir halt nochmal zum Scheiß-Shop und kaufen uns Leben. Ist das halt so. Nein, wir brauchen kein Leben. Was macht dieser Laser? Ach, der lässt die Bombe da oben frei retten. Ja, war klar. Ähm. Ähm. Ich find's schön, wie du, obwohl du rechts in Sicherheit warst, nach links gerannt bist. Ich war nicht in Sicherheit. Ich glaub, die wär zu früh runtergekommen. Deswegen bin ich nach rechts in Links gerannt. Ach, fick dich doch, Alter. Komm, dann können wir auch alle anmachen. Äh, jo. Das ist jetzt ein bisschen kacke gerade. Okay, äh, warte mal. Ich wollt grad sagen, warte, da ist bestimmt ein Starcoin mit. Komm, wo hoch? So. Kommt doch an, wie hoch die ist. Oder sie ist schon grad in die Lava gefallen. Wenn uns die zweite Starcoin fehlt, dann werden wir's merken. Ja. Wollen wir das mitnehmen? Wollen wir das mitnehmen? Wahrscheinlich wollen wir das, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir das wollen. Ich glaub ja nicht, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht. Könnte halt sein. Vor allen Dingen, was bringt uns dieses Licht? Ey. Ja, okay, ähm. Nice. Ah. Äh, ich geh oben lang. Geh unten lang. Achso, das ist das Ziel. Okay, ja, wir haben schon... Das war die dritte Starcoin, ja, siehste? Zweite Starcoin war mit Powerbock. Wetten? Ja. Okay, Leute, zweite Starcoin rein. Schnibbeln, die schnibbeln. Sehr geil. So reicht's. Überlasse das dir. Okay. Wir warten, bis wir da so halb in der Mitte sind. Wollen wir den hier aktivieren, oder warten wir noch länger? Ich aktiviere ihn jetzt mal. Oh, ja, siehste? Siehste? Okay. Die war halt wahrscheinlich bei uns so einen Millimeter nicht auf der... Also, nicht weit genug. Ja. Ja, ja. Wow. Okay, gut, Leute, wir haben sie dann nur noch einmal beenden, die Sache, und dann haben wir's. Wow, okay, Leute, wir haben sie die Starcoin. Dann, ähm... Ja, den kriegen wir noch. Machen wir doch MagmaWorks Factory rein damit. Uiuiuiui, Alter, jetzt geht's aber heiß hier hier. Ach, du Scheiße. Bitte, sieh wieder das Drawing-Level. Wir hatten jetzt genug Drawing-Level. Fing dich doch, du Blurla und da-da. Wo kommt die Musik her? Ist das Mario? Ich bringe sehr Mario-mäßig irgendwie, ich weiß nicht wieso. Darf ich kurz festhalten, das ist die schlimmste Variante von Scrolling, wenn es dies nur so geben kann. Kleine Plattformen, Lava, langsames Scrolling. Ich habe irgendwie das Gefühl, unten bleiben ist eine gute Idee, aber andererseits killt mich das jetzt, oder? Nee, okay. Gehst du oben lang? Ich gehe oben lang. Boah, Junge. Okay, okay, tatsächlich. Aber da musst du auch Lack haben einfach, dass das nicht killt, ne? Ganz ehrlich. Wenn das Timing jetzt hier anders wäre, wäre ich tot gewesen. Wow, okay. Oh, verpiss dich, Kollege. Das klingt sehr Wario-mäßig, die Musik. Das ist entweder Wario, was es aber auch sein kann, eine sehr starke Remix-Version von den Ninja Coopers aus Paper Mario 1. Ja, okay, die kenne ich nicht. Keine Ahnung, wie das Soundcheck ist. Wieso wieder nur so Blupels? Viel an Freiheiten. Fall an die in die Höhle. Kann ich mit Leben? Kannst du auch mit sterben. Okay, ich nehme die dicke Plattform. Diesmal stand ich auf der Kleinen das letzte Mal. Das hat mir nicht gefallen. Ja, komm. Was willst du machen, Alter? Würdest du bitte bleiben? Er trifft mich doch jetzt. Okay. Kann halt nicht. Hä, da oben kommen wir gar nicht hoch, oder? Ja, es war so klar. Ja, natürlich. Kommen wir da hoch? Achso, ja, okay, gleich hier und nach. Jetzt kommen wir da hoch. Bitte kein Hothead mehr, bitte kein Hothead mehr. Okay, ich wollte gerade sagen, bleib vielleicht über eine Blase, bis wir festen Boden haben, aber okay. Was ist hier nichts mit dem Pfeil? Nachfängen. Gar nichts, okay. Oh, jetzt ist ein Bowser-Face auf dem... Ich wollte beides nicht haben, aber... Aber hey. Ja, das war klar, dass der jetzt groß wird, oder? Das war einfach klar. Das ist immer so. Was ist mit dem Block da unten? Was ist mit den Block da unten? Äh... Können wir die aktivieren? Können wir die ruhig über den Stammvertrag aktivieren, oder was soll? Was? Aber möchte ich das? Nee. War gerade noch nichts Wichtiges drin sein, oder? Hä? Die Block ist mega weird. Vor allem da unten kannst du... Die kannst du nicht von unten aktivieren, oder? Hä? Oh mein Gott, ich bin da im Rad hängen geblieben. Oh, wait a sec. Hier unten ist... Äh, ist... Hä? Aber da gab es doch keine Plattform. Das hier unten ist durchlässig. Da ist ein Starcoin drin, 100%. Oh, Bruder. Okay, ich glaube, der kann mich nicht treffen. Versuch mal, den Kamikaze-Sprung. Nein, das ist Lava, vergiss es. Dann bin ich tot. Aber da war doch kein Boden, oder war da irgendeine Plattform, wenn der aktivieren könnte? Ich meine, versuch mal reinzugucken. Ey, bringt uns nichts. Dann bin ich tot. Das hat überhaupt keinen Sinn. Dann können wir uns wenigstens Gewissheit schaffen. Ja, da ist was, 100%. Ansonsten wäre ich sehr durchlässig geboten. Da ist auf jeden Fall was, das ist klar. Die Gewissheit haben wir schon. Also ich jedenfalls. Bin mir nicht sicher. Doch, 100%. Definitiv. Gar keine Frage. Das ist... Ähm, ja, okay. Oder auch nicht. Da ist das Secret Exit locker. 100%. Irgendwas ist da. Wenn sie hinkippt. Und wenn es nur ein One-Up ist. Aber da ist irgendwas. Ich kann mir auch keiner erzählen. Ich weiß nur nicht, wo wir da hinkommen sollen. Aber falls es kein Secret Exit ist, dann ignorieren wir es einfach. Weil für einen One-Up gehe ich da nicht runter. Nö. Also ob ich mir für einen One-Up dafür die Mühe mache. Das heißt, falls uns gleich nichts fehlen sollte, dann fuck it. Äh. Okay. Oh, warte mal. Das sah seltsam aus hier. Ja, okay. Ah. Sehr nice. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. 5-0-5 haben wir da oben dort stehen. Sehr schön. Oh, da sind wir nicht sehr schön. Gib mir einen großen Block. Ich will einen großen Block. Ja, okay. Groß genug. I guess. Ja, viel größer werden sie nicht. Scheinbar. Ja, ich dachte, da kommt jetzt ein Quadrat raus eventuell. Ja. Gut, okay. Nice one. Ja, gut. Dann ist da auf jeden Fall kein Starcoin. Dann könnte nur noch ein Secret Exit da sein. Aber wenn ich das dachte... Ich hoffe einfach mal, dass es kein Secret Exit wird. Ich will einen großen. Gib mir einen großen. Ja, genau. Gib mir noch kleineren. Danke. Den teilen wir uns aber nicht. Nein. Oh boy, Alter. Ich möchte mir keine Plattform mit dir teilen. Nein. Die nur so groß ist wie wir zwei und ein bisschen noch was dazu. Da unten ist auch bestimmt noch was, wenn wir hier weiterfahren, oder? Ja, denke ich auch. Oh, der meint, da ist nichts. Oder auch nicht. Die verschwinden einfach random in der Lade. Ich spiele ich das nicht, weil sonst ist da unten. Wenn es keiner hat, dann nicht nur drin was. Aber das sieht halt so verdächtig aus. Äh. Ah, okay, von da. Oh, kid. Das sah zu hoch aus. Ja, das hat mich auch gerade. Also, hat mich jetzt auch verwundert. So, bitte kein Secret Exit. Please. Come on, wir sind in der letzten Welt. Wir brauchen keine Secret Exit mehr. Ja, please. Don't do this. Yes. Okay. Dann frage ich mich, was da war. Vielleicht haben sich die auch Flammen da durchgeglitscht, tatsächlich. Nee, da war ja diese eingefräste Seite quasi. Weißt du, was immer so aussieht, wenn man durchlaufen kann. Da kann man auf jeden Fall durch. Das ist ein durchlässiger Bereich. Ich weiß nur nicht, was da sein soll. Aber egal. Oh. Oh. Das ist einfach Tower 2. Ja, wir sind ja theoretisch in der neuen Welt. Wir sind jetzt in Kupacor. Ja, nicht wirklich. Weil wir hatten ja auch schon die Eiswelt, war ja auch zweigeteilt zum Beispiel. Die hat auch nur einen Tower gehabt. Aber gut. Wir haben einen zweiten Tower. Und das ist ein ziemlich geil Designer Tower. Und ich würde mal sagen, mit dem machen wir im nächsten Part weiter, Leute. Ich bedanke mich echt herzlich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da oben, wenn euch der Part gefallen hat. Abo da lassen, wenn ihr Bock auf Finale habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.